Hallo, es geht ums Lernen. Vielleicht hast du dir ja schon mal überlegt, wie du deine Energie, die du ja in die Schule reinbringst, auch im Physikunterricht, aber natürlich auch in andere Fächer, wie du diese Energie besser zu Erfolg machen kannst, zu Erfolg in der Schule. Denn es ist ja nun mal Energie und es ist eine ganze Menge Zeit, die du in der Schule verbringst. Und da wäre es doch gut, wenn die Zeit optimal in Erfolg umgesetzt wird, wenn wirklich was dabei rauskommt. Und dazu habe ich mir jetzt mal eine Initiative überlegt, ein Programm, das heißt Booster. Booster wirken sehr stark und kurzzeitig und sie bewirken viel. Und das ist die Idee von dem Programm. Du fragst dich vielleicht, ist das jetzt nur ein Schlagwort, ein Gimmick oder ist wirklich was dahinter? Ja, es ist eine ganze Menge dahinter. Konkret bringt es, ich teile es mal in zwei Punkte auf. Zum einen ist es eine Ergänzung deines Physikunterrichts, dass du einfach lernst, das, was du kannst, besser anzuwenden. Außerdem gibt es bei allen von euch Lücken, die noch bis zur Grundschule zurückgehen. Und diese Lücken sollten auch geschlossen werden. Nur dann könnt ihr im Physikunterricht die neuen Themen jetzt im zweiten Halbjahr gut mitnehmen. Und Booster ist nur ein kurzer Kurs. Ein kurzes Programm, damit du fitter wirst und vor allem auch lernst, wie du selbst dich um deine Kenntnisse kümmerst und verantwortlicher weiterarbeitest. Es ist also eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Warum braucht sowas überhaupt? Es gab einen Mathe-Test im Herbst, der fiel eigentlich ziemlich katastrophal aus von den neunten Klassen. Bei vielen Bereichen Fragen, einfachen Fragen, die bis zur Grundschule zurückgehen, wurden nicht mal, haben nicht mal 50 Prozent Erfolg gehabt. Ja, also ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Das ist jetzt ein pauschales Ergebnis, aber wir können auch genau deine individuellen Ergebnisse uns anschauen. Ich habe sämtliche Daten von zwei schriftlichen Arbeiten von vier Klassen über dieselben Themen. Also das sind insgesamt 3200 Einzeldaten. Und aus diesen Daten lässt sich eine Menge rausholen, um genau bedarfsgerecht für dich genau das Richtige anzubieten. Außerdem haben wir einen Überblick über den Fortschritt. Das ist ja auch wichtig. Du kannst im Laufe der Zeit genau sehen, in welchen Gebieten du dich weiterentwickelt hast. Schließlich verfolgen wir auch noch das Gesamtbild der Klasse. Auch da lässt sich ja ablesen, wo du mit der Zeit stehst. Stehst du, standst du vorher bei den Mittleren, bist du jetzt bei den Guten oder umgekehrt. Aus diesen Trends ist auch viel wertvolle Information zu gewinnen, wenn es darum geht, dich individuell zu unterstützen. Ich habe zu dem ganzen Stoff eine kleine Präsentation gemacht. Die gehe ich aber jetzt nur ganz schnell durch. Es geht einfach darum, wie deine persönliche Lernkurve, das ist immer die grüne Kurve, dem Stoff folgen kann. Und hier haben wir zum Beispiel die realistische Situation. Das rote ist die Lernkurve, das grüne ist die Stoffkurve und das grüne ist die Lernkurve. Und die Lernkurve, die bricht halt beim einen früher und beim anderen etwas später ab. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Gruppe bist, wo die Lernkurve früher abbricht und wo du deshalb innerlich aussteigst aus der Stunde, ja, dann überlegst du dir ja vielleicht, wie könnte sich das ändern? Denn Ausstieg heißt ja auch, dass du den Rest der Stunde nicht mehr wirklich präsent, geistig präsent bist und vor allem nicht motiviert bist. Bei Gusto soll es vor allem um die Motivation gehen, denn die Motivation ist die stärkste Kraft. Wenn du motiviert bist, kannst du alles schaffen. Und wenn du nur gute Kenntnisse hast, aber nicht motiviert bist, dann helfen dir auch die Kenntnisse nichts. Hier sehen wir jetzt mal den normalen Motivationsverlauf für den ganz normalen Unterricht. Eine gewisse Gruppe von Schülerinnen und Schülern steigt einfach früh aus. Das ist diese gelbe Fläche, das ist die Motivationsfläche sozusagen. Hier haben wir jetzt ein bisschen nachgeholfen. Der Stoff der Stunde werde reduziert. Jetzt ist die Motivation schon ein bisschen größer geworden. Mehr Schüler steigen später aus. Aber erst Booster bringt die wirkliche Lösung, denn hier wird die ganze Stunde über motiviert gearbeitet, weil wir immer genau da sind, wo du bist. Und jetzt sehen wir uns das komplett an. Was sind die Vorteile von diesem Booster-Programm? Du lernst immer genau auf deinem Level. Du lernst in deinem Rhythmus mit deiner Geschwindigkeit und du verstehst immer alles, was du gerade machst. Auf die Dauer lernst du damit überhaupt besser zu lernen und lernen macht mir Freude. Du wirst damit automatisch in der Physik besser, aber auch auf in auf anderen Gebieten, zum Beispiel in Mathe, BBR-Übungen, Basisaufgaben. Das ist für dich ein Klacks, wenn du an den Grundlagen wirklich systematisch gearbeitet hast. Und wenn du das alles verinnerlichst und langfristig weitermachst, dann wirst du ein besserer Schüler in allen Fächern. In fast, ja, ich würde wirklich sagen, in allen Fächern. Du hast es dann einfach leichter und Schule wird wieder ein cooles Erlebnis für dich. Und das wäre doch eigentlich schön. Was musst du also jetzt machen, dass du dabei bist? Super einfach. Booster besteht aus vier individuellen Team-Sessions je 15 Minuten. Kein großer Zeitaufwand. Nur, die müssen wirklich fest vereinbart werden und müssen in zwei Wochen stattfinden. Sonst verläuft sich das alles. Danach gibt es weitere themenbezogene Kleingruppen-Sessions. Das heißt, man tut sich mit einer kleinen Gruppe von Leuten für bestimmte Themen, die einfach Verstärkung brauchen, zusammen. Wenn du jetzt dabei sein willst, dann schreib einfach mir per Teams zurück. Ja, ich will Booster checken. Du kriegst dann von mir eine Antwort. Da schaue ich mir schon mal deine Details und Voraussetzungen ganz genau an. Und dann kannst du dir detailliert vorstellen, was wir überhaupt machen. So. Und du musst dich auch nicht zu allen vier Wochen für allen vier Team-Sessions jetzt verpflichten. Wir machen das unverbindlich. Du machst einmal mit und dann überlegen wir gemeinsam oder du überlegst und entscheidest, ob du weitermachen willst. Ich hoffe, dass du aus der Vorstellung dieses kleinen Kursprogramms was mitnehmen konntest. Und ich hoffe natürlich auch, dass du dabei bist. Nicht zuletzt, es ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür, denn das neue Halbjahr fängt an. Wir wenden unseren neuen Bereich in der Physik zu und wir werden sehen, dass viele Kenntnisse, die du im alten Bereich, nämlich in der Mechanik, gewonnen hast, auch in Zukunft gut verwertbar sind. Das heißt, einmal lernen, zweimal was davon haben. Und genau dieses Vorgehen sollst du mithilfe von Booster auch lernen. Und ich freue mich, von dir zu hören.